Jetzt wurde ihr geupdatet. Verdammt. Der hat jetzt erstmal einen Haken mehr und... keine Ahnung was... reingedonnert. Schön, dass ich Leute vom Haken nehmen muss, aber mir selber schon mal sage, ich brauch was Glück, damit ich vom Haken hocken kann. Damit ich Leute überhaupt vom Haken holen kann. Auch ich? Ich hab, ich hab auch Lack. Äh ne, dann... Was tut das? Du hast Lack? Weil ich? Dann hab ich mein Lack wieder rausgenommen. Ich brauch keins. Oder verbraucht. Du warst doch eher vor Claudette. Ja, die hat aber keinen Lack drin gehabt, die hat altruösen. Okay. Mhm. Nom 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 nom. Wo heno? Hm, ja, wo heno? Natürlich alle. Ich hab noch Trauben im Kühlschrank. Hm. Ich hab noch Wein, Trauben im Kühlschrank. Juuu. Und äh noch... Noch... Zwei Wassermelon. Geist. Der Geist? Ja. So hell hier. Einmal. Er knurrt hier rum. Pfff. 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 Generator. Es ist verdammt hell hier, mein Gott. Ich bin immer so hell hier. Pfff. 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 Ja, aber Regenerator? Ne, bei dem Generator. Wahrscheinlich hat sich das... Guck mir hier, lass dich sch... Das ist bei dem Generator, der ging hier gerade an gegen oben im Haus. Nein. Doch, da ist er, da war er gerade. Achso. Wir hatten ganz klar gesehen. Danke. Hülle. Alter. Boah, sie haben einfach nur Knochenhörn. Voll dreist gerade eben. Der stand neben mir, musste sich erst entklogen. Und in letzter Zeit hab ich den Haken fertig gemacht. Da hat er dann gesagt, was lass ich nicht mit mir machen, oh shit. Ach, er ist hinten beim Generator, den wir gerade gemacht haben. Ehe? Ja. Ich war gerade auf dem Berg, hat man die beste Aussicht. Hm. Ist mega hell, oh Gott. Gännt sich einer aus... Ah, da ist ein Generator. Das ist gerade voll die schöne Aussicht hier. Du hast den Mond und dann die zwei Raben da auf diesem Felse. Mach ein Screenshot. Und Jus ist als Thumbnail. Er ist wieder im Sanatorium. Drin? Also der läuft da rum. Im Gebäude? Davor. Da wo du gerade hochgeschreckt bist. Da kommt der jetzt hin. Der hat da hingeguckt. Falls du da vorne in dem... In dem, keine Ahnung. Ja. Ja, ich hab ihn gesehen, ja. Ja, ja, ich seh ihn. Ja, wir machen draußen ein Umlaufspiel. Bei der Holzhütte bin ich gerade. Oh, hallo. Generator. Oh, nein, 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 nein. Oh, f**k, f**k. Oh, f**k. Das ist ja eine... Macht einer bei euch die... ähm... Generator? Den letzten? Ja, ich versuch's. Okay, weil ich bin nicht bei nem Tor. Oh f**k. Ich dachte, er hätte mich nicht gesehen. Äh! Oh Gott. Oh Gott, ich wär' mit. Nein, nein, nein. Hätt' ihr alle drei angeklagt. Jaaa. Mami Kali, wo bist du? Hier, 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 hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hä? Hinter dir, hinter dir, hallo, 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 hallo. Mama Kali ist da, Mama Kali ist anwesend. muss ich boos küssen ganz viele boos muss ich wissen erkläre ich es am besten wo ich stehe das ist so wie bei kindern mir jetzt voll schlecht auch süßigkeiten wenn man jetzt mal ist aber jetzt mal den haken der hier drin noch ist oder so und generatoren eigentlich ist er nicht unfassbar kein generator was denn dass ich jetzt an dem scheiß generator sitzen muss welcher denn am tor ja den habe ich doch schon angefangen du kind ja und ich muss ihn zu ende bringen ja was kann ich denn dafür hat mich mal angucken auf die leiste ich habe ja und meinst du ich bin ich kaputt ich will die eine exit gate aufmachen er guckt direkt zu mir wie das andere tor ist nicht offen ich mach es doch gerade aus um hin zu laufen wo 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 mögt wo im Juhu! Meister Tor, was ich aufgemacht hab. So schön. Wir haben uns alle gerettet. Weil du die Mami bist. Oh, nur 3.000 Punkte. Oh. Nur 9.200. Oh. Der Arme. Der Adam.